Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man diese schöne Aufgabe hier zur Netzwerkanalyse oder zur Netzwerkberechnung, in der es um zwei parallel geschaltete oder antiparallel geschaltete reale Stromquellen geht, mit der Zwei-Po-Theorie löst. Dieses Beispiel hatte mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Und die Idee von diesem Video, weil man hier ja eben ein geeignetes Verfahren zur Netzwerkanalyse auswählen kann und soll, möchte ich jetzt einfach nochmal mit einem anderen Verfahren rechnen. Und also bevor ich das begründe, welches das ist und warum, vielleicht nochmal ein kleiner Blick auf die Schaltung. Also wir haben eben hier diese beiden parallel geschalteten realen Spannungsquellen, also jeweils eine Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand und zwei auch dazu parallel geschaltete Lastwiderstände. Und man soll jetzt diese vier Ströme hier bestimmen, die beiden Ströme durch die Quellen oder durch die Erzeuger und die beiden Ströme durch die Verbraucher. Und das, was diese Aufgabe oder diese Schaltung eigentlich schwierig macht, ist eben die Anwesenheit dieser beiden Quellen hier. Wenn es nur eine dieser Quellen gäbe, dann könnte man das einfach mit Reino- und Parallelschaltung, Strom- und Spannungsteilerregel berechnen. Aber dadurch, dass es zwei Quellen gibt, die sich auch gegenseitig beeinflussen, ist das so ein bisschen schwierig. Wo ich diese Aufgabe mit der Zwei-Pol-Theorie gerechnet habe, habe ich die beiden Spannungsquellen in Stromquellen umgewandelt. Dann konnte man die Stromquellen, weil die dann direkt parallel geschaltet sind, ganz gut zusammenfassen und sich das so ein bisschen einfacher machen. Und eine andere Variante, und das ist die, die ich jetzt in diesem Video hier zeigen möchte, wie man mit diesem Problem der mehreren gleichzeitigen Quellen umgeht, ist eben das Superpositionsprinzip. Und die Idee vom Superpositionsprinzip ist zu sagen, wir schalten immer nur eine dieser Quellen an, berechnen dann, was in der Schaltung passiert, schalten die wieder aus, schalten nur die andere Quelle an, berechnen, was in der Schaltung passiert, rechnen das beides am Ende zusammen. Und das funktioniert immer dann, solange wie die Schaltung nur aus linearen Bauelementen besteht. Hier sind nur Widerstände drin und Quellen, die sind alle linear, da funktioniert das kein Problem. Also gehe ich mal in ein neues vorbereitetes Zeichenpad hier rein, nehme mal Blau als Farbe und Blau soll jetzt gelten für, wir schauen uns nur diese Quelle an. Wir schalten nur die Quelle UQ1 an und rechnen dann von der Quelle UQ1 aus, was hier passiert. So, und wenn man das nicht so häufig macht, dann lohnt es sich, hier die Schaltung nochmal so ein bisschen umzuzeichnen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Und wie man die dann zeichnet, ist so ein bisschen Gewohnheitssache. Ich würde das jetzt so machen, dass ich also die Quelle auf jeden Fall auf die linke Seite zeichne. Und zwar so, dass die im Idealfall so von oben nach unten zeigt. Ja, so wie man das so meistens kennt. Also wir Menschen sind ja irgendwie gute Mustererkenner und Gewohnheitstiere. Wenn irgendwas gewohnt aussieht, dann kommt man damit ziemlich gut klar. Und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Also jetzt noch die Frage, was passiert mit der zweiten Quelle. Wenn ich die zweite Quelle ausschalte, dann wird aus einer Spannungsquelle ausgeschaltet ein Kurzschluss. Man könnte sich einfach denken, ich meine, man denkt sich hier diesen Ring weg und dann bleibt einfach ein Kurzschluss über. So, also der Strom, der jetzt hier von der Quelle UQ1 kommt, kommt zu diesem Knotenpunkt und kann sich jetzt überlegen, ich fließe über den Innenwiderstand RI2 oder, das sind jetzt ja gleiche Knoten, ich fließe über RB1 oder RB2. Alle diese drei Widerstände sind parallel geschaltet. Über denen fällt die gleiche Spannung ab in dem Fall und hier unten an diesem Knoten kommt der Strom wieder zusammen. Und dann muss der noch einmal über den Widerstand RI1 fließen und ist zurück bei der Quelle. Also so sieht die Schaltung aus. Ich zeichne die mal jetzt hier hin. Also wir haben diese Parallelschaltung von drei Widerständen. Ein Widerstand, noch ein Widerstand und noch ein Widerstand. Alle drei parallel geschaltet. Dann geht es wieder zusammen auf einen gemeinsamen Knoten. Und von hier kommt dann eben nochmal ein Widerstand. Und dann ist der Strom auch schon wieder zurück an der anderen Seite der Quelle. So, dieser Widerstand hier ist RI1, das hier oben ist RI2 und hier haben wir eben noch RB1 und RB2. Hier oben fehlen mir noch ein paar Lötpunkte. Und jetzt muss man noch gucken, in welche Richtung diese Ströme hier gemeint sind. Also den Strom I1, den wir suchen, der fließt hier in diese Richtung. Das ist I1 und der fließt auf sozusagen diesen Knoten hier zu. Und die anderen Ströme fließen alle von dem Knoten weg. Also der Strom I2 fließt weg. Der Strom IB1 und der Strom IB2, die fließen alle von diesem Knoten weg. Und hier unten können wir genauso sagen. Also das hier, der Strom, der hier durchfließt, ist natürlich genau der gleiche Strom I1, den ich da oben schon eingezeichnet habe. So, und jetzt müssen wir diese Ströme hier alle bestimmen. Und der einfachste, mit dem man vielleicht mal anfangen kann, wäre der Gesamtstrom in dieser Schaltung I1. Ja, und der ergibt sich eben einfach aus der Quellspanne UQ1 durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Und der Gesamtwiderstand wäre R1 plus die Parallelschaltung von den anderen Widerständen. Und der heißt RI1. Also RI1 plus RI2 parallel RB1 parallel RB2. So, und da kann man jetzt die ganzen Zahlenwerte einsetzen, kann das ausrechnen. Und sollte da auf einen Zahlenwert kommen, das mache ich gleich mal in Octave. Das habe ich hier auch noch offen. Da sind ja auch noch ein paar Formeln drin und glücklicherweise die ganzen Zahlenwerte für die Bauelemente aus dem vorherigen Video, sodass ich mir so ein bisschen Zeit spare. Und ja, das, was ich jetzt für diese Parallelschaltung mir aber mal doch noch kurz programmiere, ist eine kleine Funktion, wie man Parallelschaltungen gut ausrechnen kann. Also wenn man zwei Widerstände hat, R1 und R2, dann kann man ja von denen den Gesamtwiderstand, den Ersatzwiderstand im Sinne der Parallelschaltung ausrechnen. Aus R1 mal R2 durch R1 plus R2, das Produkt von den beiden geteilt durch die Summe. Und da kriege ich ja so eine Funktion hin, mit der kann ich jetzt vielleicht so Parallelschaltung ein bisschen schöner schreiben. Also, wenn ich den Strom I1 haben möchte und den alten Zahlenwert, den sehen wir ja auch noch. Der steht da oben, aber auf den sollten wir jetzt auf jeden Fall nicht kommen, weil wir ja nur diese eine Quelle berücksichtigen. So, also ich muss auch mal sagen, das ist jetzt I1 von UQ1 getrieben. So, da haben wir eben UQ1 unsere Gesamtspannung geteilt durch. So, und jetzt den Widerstand RI1 plus und jetzt brauchen wir eine Parallelschaltung. In der Parallelschaltung steht drin RI2 und dann eben nochmal die Parallelschaltung von RB1 und RB2. Jetzt reicht hier Platz gar nicht hin, um diese lange Formel unterzubringen. So, Klammer zu, das ist die von der Parallelschaltung, das sollte die vom Nenner sein. Das ist jetzt einfach diese Formel hier oben in Octave abgeschrieben. So, und dann kommt da raus, UQ1 kenne ich gar nicht, weil ich das einfach nur U1 genannt habe. Vorher können wir nochmal kurz gucken, hier oben, ganz oben 44 Volt U1. Also nenne ich das mal auch nur I1U1, der Strom I1 erzeugt von der Quelle U1. So, und das sind 500 irgendwas Ampere, 512 Ampere. Also schreibe ich die mal hinter 512 Ampere. Oh, 0,8 können wir mal noch hinschreiben. So, okay. Also ich kenne diesen Strom oder ich kenne den Gesamtstrom hier oben, der da reinfließt. Und jetzt kann ich natürlich auch die anderen Ströme bestimmen. Und das kann ich immer wieder mit einer Stromteilerregel machen. Also kriege ich den Strom zum Beispiel I, ja, I, ne, den nehme ich einfach I2. Also hier, den Strom I2 kriege ich raus, indem ich jetzt den Gesamtstrom nehme, I1. Und Stromteilerregel so aufschreibe, weil hier wieder drei Widerstände parallel sind. Ich nehme den Gesamtwiderstand im Sinne dieser Parallelschaltung. Das ist Ri2 parallel Rb1 parallel Rb2. Und teile das durch den Widerstand, wo der Strom tatsächlich durchfließt. Das ist der Widerstand Ri2. Und genauso kann ich das dann analog auch machen für den Strom Ib1 und den Strom Ib2. Dann muss hier unten einfach nur der andere Widerstand stehen. Ja, also da kriege ich Ib1 auch genauso gut raus und Ib2 auch genauso gut raus. So, und das mache ich jetzt natürlich auch wieder in Octave. Da ist mein Oktelfenster. Wir wollen den Strom I2 haben, den Strom I2 gespeist von der Quelle U1. Und für den nehme ich jetzt den Gesamtstrom I1 und brauche jetzt auch wieder diese Parallelschaltung. Ich glaube immer, man kann hier nicht so wahnsinnig gut kopieren. Doch, kann man also diese Parallelschaltung von diesen drei Widerständen. Ja, also erstmal B1 und B2 parallel schaltet, noch I2 dazu parallel. Und das jetzt geteilt durch den Widerstand Ri2. So, und da sollte jetzt natürlich was Kleineres rauskommen als diese 512, weil das kann ja nur ein Teilstrom dessen sein. Und das wird aber schon der Großteil dieses sein, weil diese beiden Widerstände sind ja viel größer. Das waren irgendwie 0,5 oben, 0,4 oben, 0,5. Und das waren 10 und 12. Da sollte der Großteil von den 512 da lang fließen. Und das funktioniert leider nicht, weil jetzt eine Klammer zu viel. Jetzt funktioniert es. Kommt. Und gut, dass man vorher drüber nachdenkt über solche Sachen. Kommt zu viel raus. Warum kommt zu viel raus? Weil ich hier meine falsche Variable eingesetzt habe. Das war der Gesamtstrom, den wir mal hatten. Ich muss den Strom einsetzen hier aus der vorherigen Rechnung. I1, U1. Ja, so. Und dann ist das eben der überwiegende Teil von den 512, 470 oben, kann ich mal hier schreiben. Also das sind 469,8 Ampere, nicht oben, Entschuldigung. So. Und auf die gleiche Art und Weise kann ich jetzt auch IB1 von U1 ausrechnen. Da steht da die gleiche Parallelschaltung. Aber hier RB1. Das sollten jetzt viel weniger sein. Ja, das sind 23,5 oben. Die schreibe ich mal hier hin. Und irgendwie bringe ich heute immer Um- und Ampere durcheinander. Aber ist nicht so schlimm. So. Und das gleiche kriegen wir noch hin mit B2 und RB2. Und dann sind das auch ein bisschen weniger, weil der Widerstand B2, der war ja größer als von 12 Ohm gegenüber den 10 Ohm. Das sind 19,6 Ampere. Damit sind jetzt für die Quelle UQ1, aus Sicht der Quelle UQ1, alle Ströme bestimmt. Und ich nehme mal grün als Farbe, um das gleiche Spiel jetzt nochmal zu machen, nur für diese Quelle UQ2. Also wir schalten jetzt diese Quelle an. Ich mache mal noch ein bisschen größer in den Kreis. Und schalten diese Quelle hier aus. Also jetzt wird aus der ein Kurzschluss. Und ich zeichne mal die Schaltung nochmal hin. Man kann sich aber schon vorstellen, naja, die Schaltung hat ja irgendwie diese gewisse Symmetrie. Da ändert sich jetzt nicht so viel. Ja, das bleibt diese gleiche Topologie. Aber allein, also immerhin schon mal der Richtungsfeil, der dreht sich eben um. So, und deshalb schadet es vielleicht nicht, das nochmal so zu zeichnen. Ich zeichne es wieder so, dass die Spannungsquelle hier auf der linken Seite ist. Und dann können wir gucken. Also aus Sicht der Spannungsquelle, der Pfeil zeigt jetzt nach oben, kommt der Strom auf diesen Knoten. Wenn hier ein Kurzschluss ist, kann der hier lang fließen, kommt hier unten an. Oder der kann durch den und durch den fließen, kommt hier unten an. Also haben wir hier eben wieder diese Parallelschaltung aus drei Widerständen nebeneinander. Die dann auf einen gemeinsamen Knoten zulaufen. Das ist der Knoten hier unten. Und dann muss der Strom nochmal einmal über diesen zweiten Innenwiderstand fließen und kommt dann auch genauso zur Quelle zurück. Also ist das jetzt hier der Innenwiderstand RI2. Das ist der Widerstand RI1. Das ist wieder der eine Bremswiderstand RB1. Das ist der andere Bremswiderstand RB2. Hier oben ergänze ich mal noch ein paar Knotenpunkte. Und ja, das ist eigentlich schon mal die Schaltung. Jetzt kann man sich noch wieder Gedanken machen und muss sich Gedanken machen über die Richtung der Ströme. Also hier, der Strom soll dem Spannungsfall entgegengesetzt fließen. Also fließt der hier in diese Richtung. Das ist der Strom I2. Genau. So, also er fließt von diesem Knoten oben weg. Der fließt unten auf den Knoten zu. Also er fließt hier auf diesen Knoten zu. Ich könnte auch den Strom I2 in diese Richtung hier einzeichnen. Das wäre genauso der Strom I2. So, und kann man sich überlegen. Das ist aber dann letztendlich wirklich der positive Strom, der von dieser Quelle hier getrieben wird. Weil die Quelle hier ja einen Strom erzeugen wird. Genauso wie hier oben, der entgegengesetzt zum Spannungsfall liegt. So, und dann ändert sich an den Richtungen der anderen Ströme nicht so viel. Die fließen hier immer auf diesen oberen Knoten. Und dann halt die beiden fließen von dem oberen Knoten weg. Also an denen ändert sich nichts. Das ist IB1 als Strom. Und das ist IB2 als Strom. Aber der Strom I1 hier, der fließt auf diesen oberen Knoten zu. Und fließt sozusagen, also dann in gleiche Richtung, wenn man so will, wie dieser Strom I2. Also I1 hier fließt nach oben. Oder man könnte sich auch denken, der fließt hier unten von diesem gemeinsamen Knotenpunkt hier weg. So, also das ist die Schaltung mit allen Stromrichtungen für den zweiten Fall, wenn wir nur diese Spannungsquelle anmachen. Und jetzt kann man hier so ähnliche Rechnungen machen. Also die Formeln sehen sehr gleich aus. Bloß, dass da von der Struktur her, sehen Sie gleich auch bloß, dass da andere Einträge drinstehen. Also diesen Strom I2, den kriege ich jetzt eben raus, indem ich UQ2, die Gesamtspannung teile durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Und der Gesamtwiderstand ist RI2 plus die Parallelschaltung aus RI1, RB1 parallel zu RB2. Und da sollte ein Zahlenwert rauskommen, den kann ich gleich in Octave ausrechnen. Und dann kann ich genauso wieder Stromteilerregeln benutzen und kann eben sagen, also den Strom I1, diesen hier, den kriege ich auch wieder raus aus dem Gesamtstrom I2 mal dieser Parallelwiderstand, den wir da gerade schon hatten. Also RI1 parallel RB1 parallel RB2 und das Ganze geteilt durch den Widerstand, wo der Strom durchfließt in dem Fall. Das ist der Widerstand RI1. Da kommt ein Zahlenwert raus. Und bei den Strömen IB1 und IB2 in dem Fall, da kann man natürlich die gleiche Formel benutzen. Das sind ja sozusagen gleichberechtigte Parallelwiderstände. Aber da zeigt der Strom in die andere Richtung. Also da muss auf jeden Fall ein Minus am Ende davor kommen, weil die ja entgegengesetzt von dem I2 hier fließen. So, und diese zugehörige Zahlenrechnung, die mache ich jetzt natürlich einfach wieder in Octave. Und dafür kopiere ich mir mal die Formel von oben. Also hier hatte ich I1 von U1 ausgerechnet. Jetzt rechne ich I2 von U2 aus. Das ist U2 durch RI2. Und in der Parallelschaltung taucht der Widerstand RI1 auf und dann immer noch die Parallelschaltung aus den beiden Verbraucherwiderständen oder Bremswiderständen. Und da sollte jetzt wieder sowas wie, ja weiß nicht, auch ein paar hundert Ohm rauskommen. Vielleicht ein bisschen weniger als vorher, weil ja, vorher hatten wir irgendwie 512. Hier ist der Innenwiderstand ein bisschen größer. Aber, naja, okay, ein bisschen weniger, 504. So, und genauso kann man jetzt wieder die Stromteilerregel nutzen. Also, so wie ich vorher mal hier I2 von U1 ausgerechnet habe, kann ich jetzt I1 von U2 ausrechnen, indem ich I2 von U2 nehme, ja, den Gesamtstrom, den wir auch vorher ausgerechnet haben. Und in der Parallelschaltung steckt jetzt RI1 drin und ich muss auch durch RI1 teilen. Durch den Teilwiderstand in dieser Parallelschaltung. Und da sollte jetzt wieder ein Anteil von den 504 Ampere rauskommen. Ein bisschen weniger, aber schon der überwiegende Anteil, weil ja der Widerstand hier von allen drei parallel geschalteten Widerständen der kleinste ist. So, und da können wir gucken, das kommt auch raus. Also, da kommen wieder 479, den Zahlenwert hatten wir noch vorhin schon mal. Wenn ich hier irgendwie mal hochscrolle, brauche ich gar nicht hochscrollen. Der steht hier noch. 469,75. Also, ich schreibe mal ab erst mal. Das sind jetzt 504,2 Ampere und das sind wieder 469,8 Ampere. Und genauso kann man jetzt noch die beiden verbleibenden Ströme ausrechnen durch die Verbraucherwiderstände. Also, die hatte ich hier schon mal irgendwie IB1 jetzt von U2. Da muss ich den Gesamtstrom I2 von U2 nehmen. In der Parallelschaltung steckt jetzt der Innenwiderstand RI1 drin. Und ich muss durch RB1 teilen. Und da muss noch ein Minus davor. Also, ja, das kann man sich ja alles nochmal hinschreiben. Braucht man ziemlich viel Platz. Ich mache das jetzt hier gleich alles in meiner Zahlenrechnung. Hoffe mal, dass ich mich hier nicht vertue. Ich mache am Ende noch eine Probe. So, und dann kommt da natürlich was Negatives bei raus. Und genauso kann ich das jetzt auch für den Strom IB2 von der Quelle U2 machen. Dafür brauche ich den Gesamtstrom. Und muss jetzt am Ende einfach nur durch RB2 teilen. Und auch mit einem Minus davor kommt da ein bisschen weniger raus. Also, das ist ein Minus 18,8 Ampere. Und das sind Minus 15,7 Ampere. So, und damit können wir zum letzten wichtigen Punkt dieser Aufgabe kommen. Bei diesem Lösungsverfahren mithilfe des Superpositionsprinzips, nämlich der eigentlichen Superposition. Und wir kriegen jetzt also die Ströme, die wir suchen, raus. I1 und I2 und IB1 und IB2. Jeweils als Summe von diesen, die wir hier oben haben. Ja, also I1 von U1. Das ist eigentlich das hier oben. Ja, das ist das von U1 und das ist das I1 von U2. Und dann kommt da ein Zahlenwert raus. Und hier ist das vollkommen analog und vollkommen analog und vollkommen analog. Also, ich muss jetzt immer für beide, also ich muss für jeden Strom das blaue Ergebnis und das grüne Ergebnis, wenn man das so in Farben denken möchte, addieren. Und das mache ich jetzt natürlich auch wieder in Octave. Ziehe mir das hier mal so ein bisschen hoch. Also, wenn ich I1 raus haben möchte und ich kann jetzt gleich eine integrierte Probe machen mit meiner vorherigen Rechnung mit Zweipeltheorie. Also, den alten Wert, den ich hatte für I1, das war 900, diese 982 Ampere. So, ich mache mal I1 super aus dem Superpositionsprinzip und dafür brauche ich I1 von U1 plus I1 von U2. Und da kommt schon mal der gleiche Zahlenwert raus, das ist schon mal gut, kann ich mal abschreiben, 983 Ampere. So, das gleiche kann ich machen für den Strom I2. Also, erstmal den alten Zahlenwert nachgucken, das waren diese 973. Wenn ich das jetzt für den Strom I2 mache, Strom 2 per Superposition beströmend, kriege ich aus den beiden Anteilen raus, von der Quelle U1 und U2, kommt der gleiche Zahlenwert raus, das sind 974 Ampere. Gerundet. Die 7 ist ein bisschen verunglückt, die sieht mir jetzt noch zu abstrakt aus. So, und genau so geht das jetzt weiter mit den Strömen durch die Verbraucherlast, Bremswiderstände, worüber man die nennen möchte. IB1, der war super klein dem gegenüber. Also, den kriege ich jetzt natürlich auch raus, aus IB1 von der Quelle U1 und IB2, IB1 von der Quelle U2. Im Sinne der Superposition, da kommt ja der gleiche Zahlenwert raus, 4,7 Ampere. Und dann fehlt uns noch zu unserem Glück der letzte Strom, der hieß IB2, der war noch ein bisschen kleiner, 3,9. Und wenn ich auch hier einfach die Formel kopiere und entsprechend adaptiere und diese beiden Anteile von den beiden Quellen im Sinne der Superposition zusammenaddiere, dann kommt auch da glücklicherweise der gleiche Zahlenwert raus, nämlich 3,9 Ampere. So, dass das jetzt hier eine aus meiner Sicht auch sehr schöne und sehr einfache Lösung dieser Aufgabe ist, mithilfe des Superpositionsprinzips. Superpositionsprinzips.